So sitzt du dann vor der Maschine und tippst mit deinen Fingern schnell. Das Hirn ist frei von Gelatine, der Glas ist scharf wie ein Skate, reden könntest doch auch du, doch mögen tust es nicht so sehr. Beim Schreiben gibt's viel Schöner zu, die Zeit spielt keine Rolle. Die Lippen und das Stimme sind näher dran im Bauch. Viel mehr als die Finger. Die Finger können rau sein, Maschine macht sie gleich. Gedanken können kum sein, der Bauch kann auch sehr dünn sein. Viel mehr als die Finger. Viel mehr als die Finger. Der Bauch kann auch sehr dünn sein. Viel mehr als die Finger. Das Blatt hat Zeit. Viel mehr als die Finger. Bis bald, bis bald, bis bald, bis bald.